Der Weltfußballer des Jahres 2006 wurde am 18. Dezember 2006 im Opernhaus Zürich gekürt. Es war die 16. Vergabe der 1991 vom Fußball-Weltverband FIFA eingeführten Auszeichnung Weltfußballer des Jahres. Gewinner der Auszeichnung war der Italiener Fabio Cannavaro. Abstimmungsmodus Der Gewinner wurde durch eine Abstimmung unter 165 Nationaltrainern und 165 Nationalmannschaftskapitänen ermittelt. Diese nannten jeweils die drei ihrer Meinung nach besten Fußballer, wobei keiner der drei aus ihrem eigenen Land stammen durfte. Eine Nennung an Platz 1 brachte fünf Punkte, ein zweiter Platz drei Punkte, der dritte Platz einen Punkt. Danach wurden die Punkte addiert. Ergebnis Platzierung Die Platzierung, die ein Spieler erzielt hat. Name Name des ausgezeichneten Spielers. Nationalität Nationalität des ausgezeichneten Spielers. Verein Verein, für den der Spieler in dem Kalenderjahr aktiv war. Wenn ein Spieler den Verein gewechselt hat, wird der abgebende Verein an erster Position genannt. Stimmen Die insgesamt erhaltenen Stimmen aller Länder.